Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Tani, Felix, Viktor und ich zusammen Fortnite Battle Royale. Vergesst dich das Video zu liken und ein Abo dazulassen und jetzt viel Spaß. Okay, Tani, wann hast du das letzte Mal Fortnite gespielt? So zwei Wochen her, denk ich mal. Okay, und da hast du jedes Match verloren, richtig? Zack, 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 zack. Ja. Ja. Okay, das bedeutet, wir spielen jetzt nur noch gegen Bots. Please. Ja. Leute, Leute, checkt das aus. Yeah. Keine eingelegte Gurke. Oh, lecker. Okay, auf geht's. Warum ist dein kleiner Bohrer in dem großen Bohrer? Leute, übrigens, ihr müsst mich mal introducen, was es Neues in Fortnite gibt, weil... Wie gesagt, ich hab... Ja, gar nicht. Es gibt zwei neue Waffen. Oh, wow. Spider-Man ist zurück! Was? Wie? Was? Nein. Ach, komm schon! Ich wollte nur die Reaktion von Tani. Junge. Ich hasse dich. Ich hasse dich, du hast mir Hoffnung gemacht. Das wäre das Comeback des Jahres gewesen. Was sag ich? Das Comeback des Jahrzehnts. Ah. Ich schieße den Typen an, der merkt es gar nicht. Guckt euch den Trottel an. Okay. Ich würde sagen, wir landen wieder Sleepy Sound. Jo, das ist ein Plan. Das ist ein Plan, gut. Wo ist Sleepy Sound? Ah, hier ist Sleepy Sound. Okay, auf geht's. Los geht's. Erstmal kein Sopartplan. Sam, na, jetzt geht's. Haha. Guck, das ist doch so viel besser einfach als Solo. Schau dir an, wie viele Leute hier droppen. Hier sind locker drei Teams, also zwölf Leute außerhalb von uns gedroppt. Wie nice ist das? Die Frage ist, ob das gut ist. Es ist gut, es gibt Gaming. Ja, okay. Wenn wir inszenen sterben, das ist okay. Es gibt Gaming. Ja, Viktor hat in seinem Livestream Solo gespielt und hat halt keine Kills bekommen. Beziehungsweise keine Gegner bekommen. Ich habe Kills bekommen, aber keine Gegner. Null Kills. Keine Kills. Und Glühwürmchen. Ich habe zwei Luftballons. Ich bin runter. Ich habe ein ganzes Haus gelootet und habe keine Waffe da drin gefunden. Wie kann das passieren? Ich weiß es nicht. Ich habe vier Müllwaffen. Ist da hinten jemand? Da hinten ist jemand. Ich schwöre, da hinten ist jemand. Also ich habe eine Banane. Ich mache einen Luftballon weg. Wann. Ich versuche zu kommen. Wo ist der Ausgang? Komm her. Ich feite gerade gegen jemanden mit einer Pistole. Ja. Oh Gott. Das war gefährlich. Wer hat den Luftschlag gemacht? Ich habe mit einem Raketenwerfer draufgeschossen. Ja, jetzt brenne ich auch noch. Ich habe einen Raketenwerfer währenddorfen, aber nur einen, der auf Fahrzeuge schießen kann. Nee, du kannst damit überall hinschießen. Ach so. Ich mache da mit. Ich will auch. Brenn. Irgendwo da. Oh Gott. Ich wurde gescannt, Leute. Nein. Ich habe keine Waffe für die Distanz. Ich gehe noch ein bisschen looten, Leute. Kein Problem. Ich auch. Ich glaube, ich mache das auch. Ich wurde schon wieder gescannt. Oh, das hier ist nice. Warum ist hier nirgends loot? Oh, ich wurde gescannt. Ich bin sonst leer. Ja. Was ist deine Railgun? Die Railgun ist sowas wie eine Sniper. Es sind noch drei Leute. Nein, das ist eine Taube oder ein Rabe. Oh, da ist noch eine Person da. Lief gerade über die Straße. Es sind drei Leute. Ja. Eine war nicht gescannt, aber ich habe sie gesehen. Die Railgun ist ja richtig kacke. Du kannst mit dir früher schießen. Ja, aber das ist... Einer hat drei Hits. Da und gerade drei Hits. Digga, ich erkenne gar nichts. Ja, ich auch nicht. Warum ist der Nebel? Hallo? Der ist das Nebel. Ich habe nur eine Revolver. Ja, mit der Waffe kann ich auch keinen Schaden machen, wenn ich einen Hit mache. Ich wünschte, ich hätte jetzt die Railgun. Ich stehe hier mit einer MK-7. Ich mache 18 Schaden. Ich würde lieber eine MK-7 nehmen als mein Loader. Was hast du denn für die Distanz? Ich kann dir eine Pistole anbieten, Anton. Du, die macht mehr Schaden, wenn du hittest. Ich kann dir geben, also. Nee. Wollen wir tauschen? Nee. Außerdem könnte ich mit der MK-7... Warum habe ich den nicht getroffen? Ich habe straight up auf den geschossen. Habt ihr das gesehen, Leute? Zeigt doch mal das Replay. Und hier kommt nochmal das Replay. Okay, er ist ausgewichen. Oh, die Zone kommt, Leute. Ja, ja, oh, Gott, Leute. Auf ins Auto, Fuchs. Leute, 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 die Zone kommt. Das Auto da hinten geht nicht. Wo ist ein Auto, das geht? Nee, ich hole die jetzt. Fuchs ins Auto. Ich habe ein Auto, das geht. Ich hole die jetzt. Du holst sie nicht. Auf ins Auto. Nein. Lass sie töten, lass sie töten, lass sie töten, lass sie töten, lass sie töten. Lass sie töten? Okay, wir lassen sie töten. Hier, Fuchs, ich helfe dir. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Was? Warum? Wo sind die? Das ist Hilfe. Das war Hilfe. Zeig mir, wo die sind. Du hast den Tani gemacht. Warum machst du den Tani? Anton, komm zurück, komm zurück. Ich habe Reifen. Ja, mir über. Dann gibt mir Reifen. Hier, Reifen. Komm zurück. Warum nicht überhaupt ein Reifen? Komm rein. Deine Reifen sind fast kaputt. Jetzt sind die nicht mehr kaputt. Ich weiß aber auch gar nicht, warum. Ich habe Schockwellen, Dinger. Das Auto will ich richtig bauen. Das hat echt was gebracht. Oh, Leute, das Außerpferd ist richtig. So, wir haben Reifen. Und hier fangen wir die jetzt ab. Die kommen doch bestimmt, oder? Bestimmt. Oder sie sterben in der Zone, so wie wir gestern. Wir haben gerade revived. Nice. Ich habe fünf Waffen. Ich würde niemals in der Zone sterben. Niemals. Ich spiele wirklich gerade mit fünf Warten. Alle verschieben. Also, ich spiele gerade mit Angst. Du hast auch Angst. Ich habe keine Angst. Oh, mein Gott. Ich habe einen goldenen Revolver. Ich will den haben. Ich will den haben. Ich will den haben. Na gut, dann. Meiner, meiner, meiner. Deiner, na gut. Du hast den reserviert. Meiner, 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 meiner. Na gut, dann habe ich halt immer noch keine Fernkampfwaffe. Du kannst meinen Revolver haben, Anton. Nee, nee. Du hast einen MK7. Du hast keine Fernkampfwaffe. Weißt du, wie weit du siehst mit der Revolver? Das ist eine Mitkampfwaffe. Mit der kann ich auf Distanz keinen Schaden anrichten. Ja, mit dem Revolver kannst du auf Distanz nichts sehen. Hier hast du meinen Revolver. Ja, ich habe hier schon markiert. Dein Revolver ist es mir nicht wert, eine meiner anderen Waffen wegzulegen. Wo sind die Hit? Da ist ein Gegner. Da hinten. Wollte ich kurz anmerken. Wo? Nur du Bescheid weißt. Ah, okay. Okay. Ich komme mal wieder zu euch hoch. Ansonsten, falls du möchtest. Was? Das ist ein Auge. Das kennt uns. Das kennt uns. Ich komme hoch. Ich komme hoch zu euch. Ein Panzer kommt. Zwei Leute. Einer, zwei Hits. Ein Panzer kommt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob er hochkommt. Ah, ich werde geschubt. Den Panzer, den hole ich mir. Hey. Ich weiß nicht. Ah, meine Deckung ist weg. Ich fahre zu dem Panzer hin. Digga, die wollen mich... Ich glaube, das ist der Moment, wo die Runde jetzt endet. Wenn ich da reinfahre, dann sterbe ich. Dann ist alles vorbei. Da snipet jemand noch. Oh Gott. Oh fuck, sie haben mich gesehen. Ich dachte, ich schleiche mich von hinten an mit meinem Auto. Nein, er ist ausgewichen. Das nennt man einen Pro-Gamer-Moment. Er hat mich. Er hat mich. Oh nein. Hinter uns ist eine Person, wollte ich kurz anmerken. Ja? Ja, ja, da ist eine Person, die ist low. Ich habe... Ach, Fuchs, du brauchst auch hier. Warte, ich gebe dir. Ey, warte, warte. Da war jemand im Zelt. Ja, es war der Rot. Wo war da jemand im Zelt? Ja, ich wollte gerade reingehen. Auf einmal ist ein Schilder. Nee, da ist niemand. Nehmen uns. Nehmen uns. Nehmen uns. Ey, ey, ey. Die sind nehmen uns. Ich muss schon, ja. Oh. Naja. Einer ist low. Oh, nee, ich kann das machen, Digger. Komm, Victor. Victor. Nein, ich habe zwei Leute low geschossen und einen getowned. Oh, schade. Okay, Tani, das war ziemlich schlecht von dir. Ich würde sagen, nächste Runde solltest du uns mal Noobs ranholen, ne? Okay, mache ich. Drei in den Chat, falls ihr manchmal Hacks anhabt. Mhm. Vier in den Chat. Falls ihr die... Nee. Gut, Leute, wir hoffen jetzt. Das kannst du die Leute nicht überfordern, Tani. Synapse, da ist nix. Da findet man nicht mal Loot. Doch, da war der Banger Loot. Ja, eine Runde vielleicht mal in einer Kiste. Da war Müll. Ja, da hatte ich mal ne legendäre Auge gefunden. Du kannst in jeder Kiste ne legendäre Auge finden. Es kommt auf die Masse des Loots an. Das kriegst du auch nur du. Es kommt auf die Masse an, das sag ich auch immer. Ich hab mal ne legendäre Auge in der Kiste, die einfach so random auf der Wiese war, gefunden. Also müssen wir jetzt jedes Mal diese Wiese abklappern. Genau. Das könnte ja ne legendäre Auge da sein, falls die Kiste da ist. Okay, Leute, looten. Also ich geh jetzt angeln. Oh mein Gott, Leute, erste Waffe direkt ne Banger Waffe, ne Ranger in Gruz. Same. Wir nehmen erstmal direkt eine Trommel Schrotfilter. Sprinkler, komm. Ey, Leute, ich hab den Sprinkler gefunden. Wir haben genau gleichzeitig gesagt, dass wir den Sprinkler haben. Ey, Leute, Sprinkler. Nice. Fuchs, Sprinkler. Ich komm, glaub ich. Bin am Auge. Da gibt's keine Sprinkler für dich. Okay. Stell die Kondition wieder her. Leute, wir können mit nem Battle Bus fahren. Ja, das werden wir auch machen. Ja, guck, deswegen ist auch so ein Abstation voll gut. Wir haben nen Battle Bus. Und Soft Packs. Ich kaufe mir ein Jetpack und decke das Auge des nächsten Sturms auf. Der Sturm ist in der nächsten Zone dort. Seht ihr das auch? Ähm, nee. Okay, dort, das ist die Mitte der nächsten oder übernächsten Sturmphase. Aber wer? Ich. Aber wer? Wo ist die Mitte der übernächsten Sturmphase? Wo ich markiert habe. Also gehen wir nach Camp Cuddle. Hätten wir nur Camp Cuddle gejobbt. Okay, auf geht's zu Camp Cuddle mit dem Battle Bus. Ich hab noch gar nichts gelohntet. Hast du den Sprinkler mitgegeben? Wir könnten einfach mal chillen, Leute. Ja. Komm mal. Leute, schreibt mal in den Chat Hashtag Team Raygun oder Hashtag Team Weichei. Okay, du Hater. Oder schreibt Team Hashtag Roblox Felix. Und hier ist noch ein Scanner, wer will. Ich nehm mit. Ich bin Team Hashtag Roblox Felix. Oh, das ist ein gutes Team. Leute, seid ihr auch Team Roblox Felix? Also ich nicht. Kann man mit dem Battle Bus durch so'n Riff? Ja, kann man. Kann man. Aha. Äh, wir sterben. Nein, warum bin ich gestorben? Weißt du uns, wenn du's direkt ausprobierst? Wir hätten sie auch sagen können. Weiß nicht. Aber, hey, der Battle Bus hat keinen Schaden bekommen. Ey, hätten wir es ihm gesagt, hätte er es sowieso erst ausprobiert. Ja. Ich will's noch mal machen. Funks, komm rein. Togger. Er versaut uns im Battle Bus. Tani. Nee. Nein, ich hab einen Mariaturkasten gefunden. Oh, ich wär fast so in den Riff gelaufen. Hier, los geht's. Nein, er fährt rein. Yeah. Yeah. Ich hab keinen Gegner gesehen. Ja, warte, ich fix das schnell. Ist gleich gefixt. Oh, der Auge. Und, gewinxt. Tani, ab nach Camp Cuddle. Ja, ab nach Camp Cuddle. Warte, nee, Tani, zurück. Wir müssen Softpicks mitnehmen. Ey, Tani, wir müssen tanken. Müssen wir tanken? Tani, ich hab auch zu nehmen. Warte, 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 kurz, Tani. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Auf geht's, Leute. Camp Cuddle. Wieso kann man nicht in den Flächelbus rein? Hallo. Wir müssen auf die Straße, Leute. Wir fahren hier illegal. Das ist nicht illegal. Obwohl, warte mal, Tani, du hast doch gar keinen Führerschein, oder? Oh mein Gott, ohne Führerschein fahren Challenge in Fortnite. Geht schief. Ich glaub, Fuchs ist der einzige von uns, der einen Führerschein hat. Ja, und Fuchs fährt nicht. Fuchs steht da einfach nur und macht. Ja. Danke, Fuchs. Danke. Kein Problem, Bro. Das kann gefährlich enden, Fuchs. Lass uns, wenn du runterflust mit deiner Tag-Tag-Challenge. Man kann so schnell fahren mit dem Battlebus. Fahr mal durch ein Gebäude durch. Aber nicht durch die Tankstelle, wo jemand drin ist. Das ist jemand drin, das ist immer drin. Ja, das sind Leute drin. Aber ich werde angeschossen. Lass sie töten, dass sie töten. 21. 43. Tot. Okay, einer haben wir. Hier ist noch jemand das Trader direkt. Auf uns, auf uns. Mit uns, mit uns. Ja. Noch mal 20. Ist da auch noch einer bei der Tankstelle. Ist da auch noch einer bei der Tankstelle. Das ist ja. Ja. Oh, da. Okay, auf den Tankstelle. Ja, pass auf. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, da hinter uns. Ah, da. Aber Leute, die brauchen gleich die Tankstelle. Ja, ja, können wir gleich noch ein. 43. 42. 3. Lolooloolo. Schüttung. Und mit der Woche mache ich halt leider keinen Ranch-Schaden. Ah, einfach alles da. Ja, fahr durch. Fahr durch. Ein, schau aus. Und ist Reo, mache alles kaputt. Wo ist der? Nochmal ein, das ist auch immer noch. Ja. Okay, er fliegt. Er fliegt weg. Ein, Hilfe. Auf, mein Hanke, Inner-Tanke. Da, out. Die Tankstelle, zweit. Drei, zwei Steps. Rimmons. Die Tankstelle explodiert sonst. Nehmen uns... Er ist low, der ist low. Da ist er. Der Typ ist low. Tani, bist du tot? Nein. Im Tanto, der war raus. Also, wir haben Tanto, auch so. Aber Tanti, du hast doch die ganze Zeit einen Pump. Da laufen, Leute. Da sind drei. Okay, wir kommen uns das erste Mal um die drei in Statt um den einen. Einer hat kein Schild. ich kann ihn nicht sehen von hier da kann es außen um 2 sind doch links 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 da da aber ein habe ich schon kommt schon perfekt okay ein ist tot eines tut jetzt noch ein zweiter der letzte danke bei dem haus hier hier in dem haus ja ja leute ja ich komme auch das mehrere ok leute 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 aber einer ist ja das unten ok tani wir leben dich sofort wieder habe warum ich deine karte noch nicht also das auto war eigentlich eine kleine deckung für mich weißt du sicher dass du keine deckung war ja mit einem prius die wollte ich immer mein gott kann ich eigentlich sein auto nicht ok wollen wir den bettel bei dir das wollte ich gerade machen aber victor hat mich unterbrochen können die mal können die mal diesen ein springt da hinten bei deinem ding da oder bei einem blick hier nach irgendwie ich wollte ein bisschen das haus bombardieren vielleicht kommt da gut raus ich bin genau da ja ich verziehe mich nein da hinten ist ein gegnerisches auto ich wäre am besten noch nicht ohne euch gefahren hast du aufgeladen den jaja ich hab komplett getan perfekt dann lass dir den bettel muss du hast dich schon noch die mini schütz ok wir werden wegen tani sterben weiter ha 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 ich möchte nicht mehr ich möchte nicht mehr alleine spielen wir wollen recht ok ich bin tot leute das war's ich erzähle die geschichte so als ob ich das team ausgelöst ja also da hinten über den bergen bei den sieben zwergen gibt es noch ein team warum gehen wir jetzt zu dritt rein kann jemand hier irgendwo den zappler platzieren ja platziert den zappler hier und die trommelschrotflinter von dem typen gekauft hoffe ich immer bei dem das hat mir das leben gerettet ohne den wäre ich noch weiter außerhalb der zone gestorben ich habe darüber nachgedacht mit dem auto abzudrehen als ich gehört habe dass der gegner sind das habe ich auch gemacht aber die gegner sind dann straight up zu mir und haben mich angeschossen ohne darauf zu achten dass sie selbst untergeschossen waren die haben lieber auf mich geschossen als auf das vollteam das auf sie geschossen hat und dadurch sind sie selbst gestorben weg du darfst du auf dem feld gesehen aber mitten auf dem schlachtfeld dort unten da sind weiter rechts in der hütte ist auch jemand hat jemand eieharmonie viktor zur eieharmonie ja das fragst du mich jetzt mitten im fein ja okay die hat echt spät gecheckt dass du da bist jetzt kommt die viktor action das wäre cool wenn er einfach jetzt gedauert gewesen wäre dadurch er ist einfach rumgelaufen der einzige position zu der er hingehen konnte was anderes ist jemand anderes aber aber recht ist noch jemand und das ist der da ist jemand genau da ist jemand anderes das ist der typ der laura ja dann gönn dir mal ich gönn bitte gönnung ja das war nicht noch mal ein ja im haus ja ja im haus ja ja mit nebel das gönnst du dir direkt mit nebel und kleine schuld und beide kommen fuchs macht eine trommelschrotflinte ist ein enger raum platt nach wenn muss ich guck mal dass ich hier meinen inspiziere genau das ist immer gut das ist so nützlich ist die kiste lohnt sich das bringt dir gar nicht auf die distanz okay da draußen sind wir fuchs los denn dort ist keine muni doch die hat unendlich money ja ich habe die extra weg wegen der kampfersport ja tanni das ist jetzt deine aufgabe du musst das carry etwas höher ziehen das ist die meisten schütze auf die füße gesetzt nächste runde gewinnen wir sie ist nämlich nicht seine station alle guten ringe sind drei wir machen das jetzt wisst ihr warum wir verloren haben weil du ohne führerschein gefahren bist du darfst nicht ohne führerschein fahren ja du hast recht du hast recht nächste runde falsch nicht ohne führerschein fuchs werden deswegen steht auch in klammern geht schief in den titel falls ihr euch fragt zuschauer dann muss das video jetzt fahren ohne führerschein challenge in klammern geht schief nennen oder ich nenne es fortnight gegen bots aber es sind keine bots es sind keine bots so gewinnst du immer in fortnight geht schief das ist ein guter video leute schreibt man die kommentare was für titel soll dieses video hier bekommen ja schreibt in die kommentare leute wollen wir jetzt sleepy sound daily bogele joneses corno canyon chonka speed ray seine station greasy grove camp kabel comment kevin lockt im lumberyard the fortress tilted towers oder die collider landen alle anderen sachen kommen nicht in frage ich bin für pläsen park wo ist das also ich bin für tomatotown ok camp karl tomatotown ist nicht mehr tomatotown war schon immer schlecht guck mal guck mal auf meinen arsch wenn ich nach rechts geht geht er nach links und andersrum so wui 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 ich kann auch diese machen leute guck mal auf meinen arsch ich liebe meinen arsch ich mache jetzt eine op stretch die mich landet gottani du landest doch oder ich lande easy dort ok ich bin extra comment kevin gelandet dass ich mich jetzt mit der kanon sogar noch ja kommen kevin ist gefährlich das sind bots selber schuld aber es sah so aus als würdest du kommen kevin landen tanni nein komm mal anton ich lande auf dem großen oberen haus von krabbel einfach hier rüber wir heben dich dann auf wenn du angekommen bist ok so also ich gönne mir jetzt erstmal einen taschenriss weil mehr ist hier nicht drin dankeschön danke fortnite danke victor was hat victor gemacht fortnite ist abgestürzt alles klar du hast gerage krittet ich hab gerage krittet genau felix rage krittet in fortnite in klammern verliebt aber wir haben so viele gute titel leute wir haben immer diese bäger titel leute schreibt mal in die kommentare findet ihr die titel von roblox felix roblox victor conny oder tanni am besten rein war das rein gerade auf das schreib in die kommentare bezogen ja ich habe eine komische art zu reden leute es tut mir leid aber ich glaube man ist schon verständlich ein bisschen ein bisschen nicht ein bisschen viel nicht boah ich habe einen infrarot fisch oh yeah oh mein gott ist das lord of frogs der beigetreten ist nein nicht lord of frogs lief die runde zu zweit regeln ja gut dann machen wir das jetzt zu zweit also felix und victor sind gerage kürtet aber wir werden das regeln das wird ziemlich easy wie weit ist die zone weg gott sehr weit aber wir haben ein auto wir haben ein auto wir nehmen das auto ich habe alles ja noch brauche ich habe eine trommelschrotflinte okay ich habe keine waffe für etwas größere distanzen aber das passt ich auch nicht ich will mk ich habe eine mk wenn du mir eine infrarot gibst würde ich tauschen ich habe keine infrarot ich bin dann wenn du mir ein laserschwert gibt es tausche ich auch die gibt es noch ne leute schreibt meine einzelnen schetten den f in den chat für fortnight zu einem minigun haben nein das ist keine minigun deswegen nicht es gab hier in dem spiel minigun ja ja stimmt ich erinnere mich erinnere mich oh gibt es hier oben etwa loot leute höre ich da etwa loot ich glaube da ist loot drin da ist loot drin ich hatte recht ich hasse rangers rangers hassen auch dich also kannst du hier mitnehmen wenn du möchtest die habe ich schon okay in blau ich bin tanni und ich habe die waffe in blau tja immer einen schritt voraus na gut dann müssen wir wohl uns auf den weg machen und heute nicht vergessen immer die omni chips mitnehmen weil dann könnt ihr voll krasse skins für diese komischen omni schwerter bekommen wo geht denn die zone hin ach da hinten aua ich habe auch die merke kommt selber schuld nein ja doch oh gott da ist ein helikopter oh gott seit wann gibt es helikopter okay fahr weiter fahr weiter lohnt sich nicht aber da hinten droppt jemand runter egal wir fahren einfach weiter wir werden die ersten in der zone sein dann werden wir jeden abfangen beziehungsweise wir werden abgefangen und sterben genau das meine ich was gerade passiert ich merke ob das brusten nicht so eine schlaue idee ist okay ich gehe auf land ich habe gedacht das netz brustet mich vielleicht ein bisschen was hat mich einfach durch das netz gebootet ja okay sehr schlaue die tante lauf in die zone gab es für die zone geschafft das kann man hier ist die waffe die du auch schon hast vorgekämpfen leute ich verstecke mich einfach ich möchte nicht kämpfen ich habe keine waffe für die distanz ist auch nicht wirklich die zone geht noch weiter nach der hinten alles klappt alles klappt jetzt gehe ich hoch und bin tot ich schwöre die kiste da hinten dass das ist meine chance in der kiste befindet sich die beste waffe in ford leute wisst ihr was die beste waffen online ich glaube ich komme da gar nicht hin ja ich komme da gar nicht hin und muss nur dran glauben mussten nur dran glauben okay ich schieße einfach so auf die ich schieße auf mich zu schießen kann ich den decken falls sie dich treffen und können dir ein paar klommen werden das ist eine gute idee voll nice jetzt habe ich so vorbeigeschossen habe peinlich irgendwo hinter uns sind steps okay lass sie noch nicht beunruhigen erst wenn die nach oben kommen sind sie gefährlich das erst mal auf die konzentrieren noch wir sind weg ok jetzt jetzt höre ich die steps da will jemand hochlaufen oh yeah der hat viele hits dünn 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 1 2 3 4 5 6 hits irgendwo hier unten aber ich sehe nicht die zone ok kommt wieder hoch dass durch den rift gehen es gibt kein rift mehr ich habe eine rift aber ich achso wir können beide rein oder direkt falschung tja so genießt man das leben so genießt man ich habe null kills aber schon drei leute angeschoben ich habe auch null kills ich glaube ohne felix und victor sind wir irgendwie aufgeschmissen oder tani da unten ist jemand oh nein ich bin so laut das blöde ich bin eine zielscheibe ich bin so eine zielscheibe please hit mich nicht noch mal hit me baby one more time zwei hits ok lass verziehen lass uns verziehen tani wir können nicht auf diese distanz kämpfen ja das hast du recht ich finde sogar eine mk ist besser auf diese distanz als ranger ich habe die mk genommen ich naja ich habe ein paar hits gedrückt ist in ordnung was hier ist ein geschenk für uns das ist ein mk für dich daneben wer hat hier sachen für uns liegen gelassen voll nice aber einfach ein baller einfach ein baller in den bus hat hier sie hoffentlich aber daneben geschossen ich treffe in dem bus nicht ich glaube die sind hinter dem bus nach hinten abgehauen hinter dem berg da ist aber jemand auf dem berg jetzt im bus ich glaube er geht nach hinten ne der bus ist jetzt komplett in meinem pingen da ist nichts drin im bus im panzer ist hinter dem ding also irgendwo der eine ist dauerung aber der revert in grad wahrscheinlich ja das denn ach so wir spielen ja team stimmt die wir wollten die ja naja da sind leute naja naja ok lass einfach kopf unten halten dann ich habe übrigens zwei von diesen granaten werfern ok smart ok da hinten ist immer dabei schießen nicht auf den und auch nicht auf den weil die schießen aufeinander ich kann sowieso nicht du siehst warum nicht nein nein aber du schießt gar nicht sondern die auf uns ich dachte du schießt auf die oh gott die sind so viele ja machst du fertig ja das war's ok letzte runde war noch mal ich weiß nicht bisschen deprimierter ok wird sie abmord machen ja leute ihr seht victor und felix haben uns im stich gelassen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne ein like da abonniert den kanal bis dann und ciao